OE24 TV präsentiert Ski-As Dancing Star und Entertainer Rainer Schönfelder im Talk mit Ralf Waldhauser. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Talk auf OE24 TV. Heute zu Gast bei uns Rainer Schönfelder, braucht man nicht länger erklären, Ex-Ski-Star, Investor, Dancing-Star, Musiker und jetzt Hotelier. Also wir haben einiges zu besprechen. Auch wenn jetzt schon der Frühling da ist, wir werden über das Skifahren auch natürlich sehr viel uns unterhalten. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du hast eine erfolgreiche Skikarriere gehabt, bist Slalom-Gesamtweltcup-Sieger geworden, hast Olympia-Medaillen geholt, Vize-Weltmeister. Da war einiges dabei, jetzt seit knapp vier Jahren die erste Karriere sozusagen beendet. Wie blickst du jetzt mit etwas Abstand darauf zurück? Ja, also das war natürlich ein ganz schöner Abschnitt meines Lebens. Ich habe sehr viele Erfahrungen machen dürfen und bin froh, dass ich alle Dinge eigentlich so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Wenn ich die Chance habe, das noch einmal so machen, würde ich glaube ich genau gleich machen. Ich glaube, Skifahren ist eine der schönsten Sportarten in den Alpen oder generell für mich. Und ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf machen können. Und das war eine sehr schöne Zeit mit sehr vielen schönen Tagen und Erfolgen. Aber natürlich auch die andere Seite der Medaille habe ich kennengelernt. Und somit gibt es ein ganz schönes Paket. Und ich habe es Gott sei Dank auch sehr gut zum Abschluss gebracht. Also ich habe dem Skisport sozusagen zu einem Zeitpunkt dann auf Wiederschauen gesagt, wo es für mich gepasst hat. Und damit bin ich im Reinen. Das war toll. Jetzt kommt man als sehr, sehr junger Mensch in diesen Zirkus, der sehr viel mit Medien, mit Fans, mit Öffentlichkeit zu tun hat. Ist das schwer für, sagen wir mal, einen 18-Jährigen, 20-Jährigen, da dann plötzlich auf der Weltbühne quasi zu stehen? Naja, grundsätzlich ist man ja, bis man denn mit 18, 20 auf der Weltbühne steht, ja schon eine Zeit lang am Weg. Und man kann, es ist ja keine große Überraschung, weil man hatte davor schon, ich glaube, das Alter von 20 her nicht, man hat ja schon da 15 Jahre wahrscheinlich schon harte Arbeit hineingesteckt. Auf der anderen Seite ist es aber dann, wenn man sozusagen Erfolge feiert, doch eine neue Erfahrung. Was dann mit einem passiert? Wenn man dann plötzlich hochgeschaukelt wird über Medien, wenn man dann, wenn man zu einem rauf sieht und plötzlich ist sein Wort ein gewichtigeres als zuvor. Das ist schon eine sehr interessante Erfahrung und hat natürlich auch schöne Seiten, wie auch Schattenseiten. Weil immer wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Wenn man dann ganz unten ist, lernt man es dann anders kennen wahrscheinlich? Ja, also ich sage einmal in meinem Fall, ich möchte ein Vorbild, ich kann ja nur von mir sprechen. Ich hatte eine etwas untypische Reihenfolge von den schönen Zeiten und den guten Zeiten, ah und den schlechten Zeiten. Ich hatte sozusagen die schönen Jahre relativ durchgehend, und am Ende meiner Karriere sozusagen meine Probleme, wo ich aus einem Verletzungskreis praktisch nicht mehr rausgekommen bin und dann einfach sagen musste, es geht so nicht mehr. Ich bin allerdings heute topfit, es geht mir gut. Aber man merkt dann schon den Unterschied zu den Ups und Downs, wie sich in der Gesellschaft die Thematiken abspielt, was für Leute hinter einem stehen, welche Schulterklopfermann nur plötzlich nicht mehr hat und so weiter. Aber ich glaube, beides gehört dazu zum Sport, das ist ganz wichtig. Das hat mich geprägt und mich auch bereit gemacht für alles, was danach gekommen ist und kommt. Du hast gesagt, wenn du 20 bist als Skifahrer, quasi hast du schon 15 Jahre reingesteckt. Das ist ja eigentlich sehr brutal, oder? Muss man da sehr viel verzichten auch, was andere 15-, 16-Jährige in der Jugend erleben? Ja, das ist klar. Das ist aber, glaube ich, auch jedem, der sich in dem Alter bewegt, bewusst, dass, wenn man sich fokussiert auf den Sport, und das ist ein sehr, doch enger Sport mit einer hohen Dichte, wo man sehr viel Zeit sozusagen opfern muss, aber, glaube ich, auch möchte. Also ich glaube, jeder, der sozusagen immer nur den Zwang oder das Verzichten dahinter sieht, der wird es nicht weit schaffen. Für mich war das Verzichten kein Thema. Mir ist es erst im Nachhinein aufgefallen, dass andere in dem Alter von 15 bis 20 Jahren was anderes machen als ich. Aber ich würde da nicht gern tauschen. Also so, wie es ist, so passt das. Ihr reist da natürlich um die Welt, also wird man da auch zum Kosmopoliten, erweitert sich da zwangsläufig der Horizont? Das glaube ich sehr wohl, ja. Also ich glaube sehr wohl, dass man, wenn man viel die Welt bereist, viele unterschiedliche auch Kulturen kennenlernt, es ist zwar so, dass wir ja durch das Training und den Sport immer doch sehr, sage ich, lokal bezogen sind. Und das bewegt sich alles in dem Dunstkreis sozusagen, ein neues Land, aber dann doch dort sehr stark, Skipiste, Hotel, Trainingslager und so weiter, mehr nicht. Aber man lernt doch die Welt ein bisschen kennen. Also ich habe eigentlich viele Länder der Welt bereisen können, die ich vielleicht so nicht kennenlernen habe dürfen. und würde sagen, dass ich meinen Horizont sehr stark erweitert habe und damit auch sozusagen auf die Dinge, die jetzt da zu Hause in Österreich passieren, vielleicht einen anderen Blickwinkel habe. Das glaube ich gern. Schaust du heute Skirennen? Bist du da noch nah dran, auch am jetzigen Weltcup? Ich bin ein begeisterter Fernseh-Skifahrer mittlerweile geworden, weil ich meine, viele sind ja noch Kollegen, die sind ja mit mir noch parallel gefahren, auch der Marcel Hirscher ist mit mir noch gemeinsam gefahren. Es ist schon schön zu sehen aus der Entfernung, als sozusagen nicht Betroffener, was sich so im Weltcup bei einem Rennen abspielt, zwischen Start und Ziel und vor allem nach dem Ziel. Also dieses Thema zwischen Erfolg und Misserfolg, der Umgang, wie gehen die Leute damit um? Ich sehe ja, und das glaube ich, kann man mir sozusagen durchwegs vertrauen, dass ich das weiß, was denn auch beim Zuschauen eines Rennläufers hinter den Kulissen abläuft. Also ich sehe ja genau ab, wie er sich fühlt, wenn er mit dem Ergebnis im Ziel abschwingt und das oder jene Platzierung taucht auf der Ergebnistafel auf. Das sind schon sehr interessante Beobachtungen, wie spielt sich das dann über die Saison ab, wie entwickelt sich der eine oder andere Rennläufer oder Rennläuferin, muss ich auf ihre Weise sagen natürlich. Das sind schon sehr interessante Beobachtungen und das völlig unemotional. Das freut mich, weil ich bin ja nicht betroffen, als Betroffener wird es schon teilweise sehr eng. Und jetzt relaxtes Beobachten, das ist herrlich. Aber du siehst das wahrscheinlich ganz anders, wenn jetzt einer runterfährt. Fährst du da noch ein bisschen mit? Ja, mich zuckt es schon ab und zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal speziell im Slalom, in meiner nach wie vor Lieblingsdisziplin und Kerndisziplin, da zuckt es mich schon. Nicht, dass ich jetzt unbedingt wieder fahren, ja wollen würde ich eigentlich eh noch weiterfahren, das brauchen wir nicht diskutieren. Aber das Thema ist, ich weiß ja was, auf die Verbelastungen auf den Körper zukommen und das weiß ich, dass ich das auch nicht mehr bereit bin einzugehen. Aber ich fieber mit, ich fieber richtig mit, weil ich emotionalisiert bin, mein ganzes Leben lang den Sport ausgemacht habe und das war glaube ich auch anders komplett falsch. Du bist natürlich als Slalomläufer bekannt, hast aber alle Disziplinen bestritten zeitweise, bist auch Abfahrt gefahren. Jetzt sagt man immer, die Abfahrer sind die Würdenhund. Was sind die Slalomläufer? Müssen die sehr schnell sein? Kann man das vergleichen? Ich würde das nicht so beschreiben. Also ich bin überzeugt davon, dass es eine Menge an Slalomfahrern gibt, die viel wildere Hund sind als ein Abfahrer oder mancher Abfahrer. Das ist eine unterschiedliche Philosophie. Eine unterschiedliche, ich habe wirklich alle Disziplinen fahren dürfen. Ich habe mich sozusagen vom Spezialisten, Slalomfahrer hin entwickelt, dann doch zu einem Allrounder und bin auch sehr viele Abfahrten gefahren, habe auch vor allem in einer Kombination, keine, nicht wenig Erfolge gefeiert. Es ist eine komplett andere Philosophie. Das eine ist mit dem anderen nicht vergleichbar. Natürlich gehört in der Abfahrt dazu der Mut, der Mut im Sinne der Überwindung. Weil ich komme noch hin, ich bin zum ersten Mal in Kitzbühler Streif gefahren, da waren für mich das zwei Bewerbe. Der eine Bewerb war, einmal runtergekommen, durchzuschnaufen, jetzt bin ich sicher angekommen. Und dann erst habe ich in dem zweiten Bewerb auf die Anzeigetafel geschaut und geschaut, Opala, was ist denn da auf der Zeitbasis? Was läuft denn da ab? In der Abfahrt ist es wirklich eine Sache, wie man mit diesen hohen Geschwindigkeiten, den durchaus gefährlichen Situationen umgeht und sie damit bewältigt. Im Slalom ist es aber dafür ein sehr material- und technisches Detail. Also da geht es sehr in die Tiefe mit Materialabstimmung, mit durchwegs auch Materialveränderungen. Im Slalom, glaube ich, ist die schnellste Entwicklung von neuen Materialien, die man sozusagen trotz gleichen Reglements probiert. Da ist das Gemetzel in dem Bereich. Also ich sage, das eine und das andere ist, glaube ich, einfach nicht vergleichbar und hat für mich beide seinen Reiz gehabt. Ich bin letztlich beides gern gefahren. Beim Slalom stellt sich jetzt mir als Laie immer die Frage, wenn man den Slalom-Läufern am Start zuschaut, wie sich da den Kurs so im Geiste durchgeht, merkt ihr euch da wirklich diese 60 Tore, die es da gibt? Das ist ja unfassbar. Ihm merken wir ja keine drei. Man muss ja dazu sagen, dass ein Slalom-Läufer, wenn er einen Weltcup einmal fährt, ist er ja bis, ich sage einmal, jetzt rechne ich das hoch, ist er schon seine 100, 150.000 Tore ja gefahren. Das heißt, man kann den Slalom-Läufer durchwegs zumuten und so ist es auch. Das war auch bei mir so, dass er sich nicht jedes Tor merken muss. Also man fährt so intuitiv von Tor zu Tor und das mag vielleicht für den Zuschauer als sehr schnell und brutal sozusagen vorkommen. unter dem Strich ist es so, ich kann es nur von mir wiederum sprechen, ich habe oft Läufe, ohne Besichtigung bin ich sie schneller gefahren, als wenn ich sie besichtigt habe. Und das, glaube ich, zeigt alles, wie intuitiv ein Rennläufer da an die Sache herangeht. Aber das ist auch eine Typ-Frage wahrscheinlich, oder? Gibt es da Unterschiede? Also du wirkst ja auch wie ein sehr intuitiver Typ. Bin ich auch, das gebe ich auch zu, ich bin ja einer, der sehr stark Learning by Doing macht, obgleich das manchmal der viel, viel schwierigere Weg ist. Aber ich muss sagen, dieses gefühlsmäßige Fahren, das war halt mein Ding. Es gibt sicher Läufer, die sich jedes Tor genau einbringen, jede Welle. Das ist doch ganz lustig, weil wenn man da mit einem Kollegen redet, der sagt, beim fünften Tor, bei der Welle, wie siehst du das? Und ich habe dann gemerkt, ich habe mir das gar nicht angeschaut, so richtig genau, weil da fahre ich einfach, da komme ich hin und dann fahre ich drüber, wenn man schon sieht, was läuft. Also gibt es völlig unterschiedliche Typen, das stimmt. Ich bin im Endeffekt jetzt den Slalom nicht komplett in den Blindflug gefahren, das muss ich auch sagen. Aber halt so im Groben und Ganzen die Eckpassagen bin ich durchgegangen, aber dann mehr auch nicht. Wenn du jetzt Marcel Hirscher zuschaust, der gilt ja als großer Tüftler. Manchmal kommt dann vor, das ist schon Raketenwissenschaft geworden, dieses Skiabstimmen und Material. Hat er da schon einen Vorsprung auch in diesem Bereich? Ja, hat er definitiv. Das ist, glaube ich, ein Kernsegment, das ihn ausmacht. Und ich glaube, in der Szene weiß man das auch. Er hat ein wirklich, nicht nur von ihm aus, sondern auch sein gesamtes Team, wo ich durchweg seinen Vater als Kernelement hernehme, ein komplett supportetes Entwicklungsmaschinerie, die es so bei Online einfach, die es nicht gibt. Und das ist, glaube ich, auch nicht so einfach mit irgendeinem Budget oder mit Geld oder mit Aufwänden kompensierbar für andere Läufer. Ich glaube, das ist eine sehr starke Kombination zwischen seinem Vater und Marcel, die einander kommunizieren, wo ich selber nicht ganz zu aktiven Zeiten mitkriegt habe, wie das abläuft. Also die verharmonieren da in einer derartigen Perfektion im Materialbereich. Also um auf gut Deutsch zu sagen, wenn der Vater den Buben sieht, kann er in der Körpersprache erkennen, ob der Ski funktioniert oder nicht. Da braucht er gar nicht auf die Zeit schauen. Und das sind schon Maßstäbe, die ihn einzigartig machen. Und natürlich hat er dann noch Helfer seitens des Skiverbauen, seitens der Skifirma noch dazu. Und das ganze Paket macht sehr viel aus. Jetzt sagt man vielleicht auch wieder laienhaft zu einem Skiläufer, der ein bisschen langsamer ist als der Marcel, ja, testest du halt auch dein Material besser. Richtig. Das ist viel zu vereinfacht gesagt, weil das Materialtesten allein ist es ja nicht. Ich muss ja wissen, wenn was nicht geht, okay, das weiß ich. Aber man muss ja wissen, was funktioniert denn. Das heißt, man ist im Endeffekt auch ein Visionär und mit Ideenbringer von dem, was denn dann auch passieren oder funktionieren kann. Und da gibt es ganz kleine Abstimmungen. Da geht es um Millimeterbereich im Schuhwinkelbereich, in der Bindungsplattenbereich, im Skibereich, in der Liederungsbereich, in der Präparation des Skis. Das ist ja ein Riesending. Ich vergleiche dich durchwegs mit der Formel 1. Vielleicht ist es ein bisschen puristischer, aber da hat er eben ein Team, die ihm viel Arbeit abnehmen, den Marcel. Und der Marcel kann sich dann doch wieder auf die Kernkompetenz, nämlich schnell Skifahren, kümmern. Und das ist letztlich das Wichtigste. Währenddessen vielleicht bei vielen anderen Läufern in dem Testen und Probieren zu viel Zeitressourcen allein schon einmal verloren gehen. So sehe ich das. Und da verrennt man sich vielleicht auch leicht und hat einen Saisonweg. Einen Saisonweg gehe noch gar nicht so weit. Nehmen wir ein Beispiel eines Trainingstags her. Man fährt sechs bis acht Trainingsfahrten, qualitativ hochwertige, hat vielleicht drei paar verschiedene Ski mit oder man macht neun. Man fährt mit jedem Ski dreimal runter, damit man eine gescheite Aussage hat. Und ich habe vielleicht zwei paar Ski dabei, die gar nicht gehen. Dann habe ich sechs Fahrten versabelt. Die sind dann unbrauchbar oder weniger brauchbar und nur die drei guten. Und wenn das schon vorselektiert ist, das heißt, ich habe von den drei beiden Skien, von den erwähnten Ski, um die alle zu 80 Prozent gehen, dann habe ich neun qualitativ hochwertige Fahrten. Und ich glaube, dass der Marcel einfach mehr hochwertigere Fahrten hat als andere. Das ist aber bitte, möchte ich sagen, nur ein Teil des Ganzen, weil das er natürlich von seiner Disziplin und von seiner Lebenselan und von seiner Einstellung zum Sport natürlich auch einiges mitbringt. Davon brauchen wir glaube ich nicht diskutieren. Jetzt hat der Marcel Hirscher tatsächlich so viele Gesamt-Weltcup-Siege schon gefeiert und eigentlich es fehlt ihm ja jetzt nur noch quasi der Olympiasieg. Wie kann man sich das vorstellen, dass die Motivation von so einem Superstar doch hochgehalten wird? Weil jetzt, ja, den siebten, achten Gesamt-Weltcup holen ist vielleicht jetzt weniger spannend schon. Naja, das zeigt ja auf der anderen Seite mit welcher Begeisterung er in dem Sport sozusagen unterwegs ist. Das ist das eine, aber ich habe schon in einem anderen Interview gesagt, der Marcel Hirscher hat aber einen sehr gesunden Grundzorn. Er ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr perfektionierender Mensch, glaube ich, und der hat einen der ihn sehr positiv stimulierten Grundzorn sozusagen. Er will ja nicht nur Erster sein, er will ja mit zwei Sekunden Erster sein. Das ist ja ein großer Unterschied. Denn viele neigen ja nach einem großen oder mehreren größeren Erfolgen zum Durchschnaufen. Das ist bei ihm noch besser gehen. Und das hält ihn so derartig wach, dass er bei seinem, wenn er jetzt ein Rennen heuer hernimmt mit dem meisten Vorsprung, den er gewonnen hat, dann wird er sagen, da gibt es noch einiges Spielraum und das möchte ich machen. So als wäre er ein 20. geworden. Das ist für mich ein Phänomen. Also ich hätte das glaube ich gar nicht geschafft. Es ist auch zu bemerken, wenn dann einmal einer, vor allem im Riesentorlauf, doch ein bisschen schneller ist als er, dass er dann noch mehr reinbeißt, oder? Das kann er ja gar nicht akzeptieren. Das ist ja richtig so. Das nehme ich mir gar nicht übel. Ich hätte sogar eher lieber, dass er manchmal mehr diese Emotion freien Lauf lässt. Da hält er sich glaube ich eh zurück bei so manchen Interviews, weil ich glaube, dass es in ihm mehr brodelt, wenn ihm etwas nicht so gelingt oder wenn jemand anderen etwas besser gelingt. Aber das gehört dazu. Ich glaube, dass es für ihn auch nicht angenehm ist. Das ist für ihn stressig, weil er ständig muss er wach sein und ständig ist er auf der Hut, nach der Suche des Heiligen Graals, des absolut schnellsten Schwung und das am besten 60 Mal in den Lauf. Und noch einmal, das ist unangenehm, das ist stressig. Er sagt auch, dass das sehr viel Substanz kostet und ich glaube, er redet vor allem von dem. Und das ist ihm hoch anzurechnen, dass er das auch so derartig hinhaltet. Ist das der Unterschied zu den absoluten, also was die absoluten Superstars auszeichnet? Hermann Mayer war auch einer, der konnte nicht verlieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man gern Mensch ärgere dich nicht spielt gegen Hermann Mayer oder Marcel Hirscher. Das stimmt, das kann sein. Da kann es schon sein, dass die Würfel und die Kegel um die Ohrwaschen fliegen. Aber ich glaube, dass es dieses immer erster sein wollen, das haben ja viele andere auch. Das ist der Grundzugang eines Sportlers, sonst brauchen wir das ja nicht machen. Aber was ich glaube ist, es ist ein Unterschied, den Erfolg, den so gewünschten einzufahren und dann noch mit gleichem Elan weiterzutun. Noch einmal, so als wäre ich 20. geworden und jetzt muss ich Gas geben. Das ist für mich, das ist schon über den Tellerrand hinausdenkend. Und Dinge sozusagen ermöglichen, auch wenn man dann im Detail sieht, wie er fährt, der fährt teilweise Schwünge, wo es bisher galt, so kann man Schwung nicht fahren. Dann kommt er, ah, es geht doch. Es müssen sich auch viele immer wieder neu erfinden oder erfahren dabei, ob das Trainer sind, ob das Funktionäre sind, ob das auch die Skifirmen vor allem sind, die Materialfirmen, dass es offensichtlich doch noch besser und noch schneller geht, als man bisher geglaubt hat. Und das ist glaube ich ein Wahnsinn. Das heißt, auch der Skisport entwickelt sich ja ständig weiter. Wenn man jetzt, ich weiß nicht, ein Rennen anschaut von Ingmar Stenmark, muss man ein bisschen schmunzeln schon. Ist es auch seit deiner Zeit schon wieder ganz anders, sehr viel anders geworden? Hat sich da schon wieder was getan? Unglaublich, wenn man Mimen in den letzten guten Jahren sieht, dann gilt der ich ja schon als Oldtimer. Das ist ja schon fast Wahnsinn. Das ist ja, könnte man schon fast die Frage stellen, ob es nicht damals schon schwarz-weiß-Fernsehen gegeben hat. ich, wenn ich mich in der alten Zeit sehe, schäme ich mich fast. Weil wenn ich mich sehe, was heute gefahren ist, was ich damals gefahren bin, dabei war das damals State of the Art. Da tut sich so viel innerhalb einer Saison von der einen auf die andere, die der Zuseher gar nicht mitkriegt. Er kriegt mit, wenn sich im Außen, im Reglement, was ändert. Also bei Skilängen, bei Kurssetzungen, ja, das kann man vergleichen. Aber selbst wenn diese Regulative gleichbleiben, ändert sich trotzdem so viel. Und das ist enorm. Und da ist jeder Rennläufer extrem gefordert, sich dieser Entwicklung da massivst sich selbst anzukurbeln, dass er da mitkommt. Weil wenn er das verabsalmt, dann passiert ihm außen nichts. Der Läufer ist gesund, das Material passt, das passt eh alles, aber er hat da fort nichts. Was ist denn da los, heißt es dann? Weil man das verspennt. Und das darf man nicht verpennen. Was glaubst du persönlich von Marcel Hirscher? Wird er bis 2018 noch weitermachen? Viel mehr? Nimmer? Das kann ich ganz einfach beantworten. Solange er diesen Grundzahn inne hat, kann er ewig so weiterfahren. Und gesund bleiben muss er. Aber das ist, glaube ich, die Basis. Weil Marcel ist auch sehr fit. Und das ist aber wiederum etwas, was kein Zufall ist. Dafür tut er sehr viel. Das muss man auch dazu sagen. Das sehen die wenigsten. Weil die meisten sehen nur im Winter, wenn er fährt, wie hart er an sich arbeitet, um prophylaktisch seinen Körper so fit zu halten, dass ihm keine großartigen Verletzungen wieder fahren. Und dass er diese extremen Belastungen standhält, das muss man halt auch am Tisch halten. Und das ist wieder ein Baustein von ihm, was ihn ausmacht. Dahinter, hinter Marcel Hirscher, schaut es im Herrenteam ein bisschen mager aus. Oder? Täuschter Eindruck. Ist so. Zeigen ja die Ergebnislisten. Woran liegt das? Kommt wirklich weniger Nachwuchs nach? Ist das... Ja, gebe ich ehrlich zu. Wenn ich jetzt zurückblicke, wo ich in den jungen Jahren in den Skiweltcup gekommen bin, dann waren wir in meinem Jahrgang zehn Jahrgänge. Gute Jahrgänge. Und dann geht es halt bis rauf in den Weltcup und dann bricht der eine oder andere weg. Und ich glaube, dass jetzt schon nicht mehr zehn da sind, sondern schon weniger da sind. Und dass die Ablenkungen in der Gesellschaft für die Kinder und auch von den Familien einfach großgegeben ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass, glaube ich, auch systematisch mehr getan werden muss, da spreche ich bewusst auch den Skifahren an, um die Leute beim Skifahren zu halten. Es können die Auflagen auf die Rennläufer und Rennläuferinnen nicht mehr so zack sein. Weil es gibt Entwicklungsjahre der Jugendlichen, es gibt Unterschiede im Materialbereich, wie wir gerade gesagt haben, es gibt Unterschiede in der Form, es können unterschiedliche Themen sein, dass in diesem einen Jahr halt dasjenige Dirndl oder der Buh nicht gerade so gut ist. Und wenn er dann die Auflagen nicht erfüllt und er ist gleich weg, sprich aus dem Kader, dann wird es für Eltern im Sinne der Finanzierung und weitertunen halt schwierig. Und Motivation brauche ich gar nicht reden. Da müsste man ein bisschen breiter sozusagen den Topf aufstellen. Breiter Skifahren soll ja auch der Volkssport bleiben. Da gibt es ein Konzept, das sehr spannend ist, nämlich für Familien, das Skifahren leistbar zu halten oder wieder leistbarer zu machen. Da spielst du eine ganz große Rolle, nämlich als Hotelier gemeinsam mit Hermann Mayer. Und das schauen wir uns an nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. UI24 TV präsentiert Ski-As Dancing Star und Entertainer Rainer Schönfelder im Talk mit Ralf Waldhauser. Willkommen zurück auf UI24 TV im Talk mit Rainer Schönfelder. Wir haben jetzt gefachsimpelt über Tore, über Marcel Hirscher, über den Skienachwuchs und reden jetzt ein bisschen über das neue berufliche Standbein vom Rainer. Die Adeo Alpin Hotels. Erst einmal die Frage, du machst das mit Hermann Mayer, ihr seid jetzt doch sehr grundverschiedene Typen. Vertragt sie euch? Nein, sonst würden wir es nicht tun. Ich glaube gerade deswegen, weil wir so verschieden sind, vertragen wir uns sehr gut. Wir haben uns in der aktiven Zeit schon sehr gut verstanden. Das ist vielleicht gar nicht so nach außen gedrungen. Ich war auch mehr im technischen Bereich, eher mehr in den schnellen Kurven natürlich unterwegs. Und feierten, schon einmal so zusammen angefangen, die Weltcup-Premiere in Lillehammer 1996. Beide. Er, damals, kann ich mich noch gut erinnern, aus dem Europacup quer vom Aura zurückgekommen auf die Skipiste sozusagen und ich als Juniorenweltmeister. Und das haben wir auf der Piste gefeiert und ich würde auch sagen, nach der Piste. Im Apres-Ski-Bereich. Wir haben das müssen feiern. Da waren wir, glaube ich, auch nicht schlecht. Und dann haben wir uns zwar mit wahnsinnig viel Kontakt gehabt, aber im Sinne der respektmäßigen Beobachtung haben wir uns nie aus den Augen verloren. Und so haben die Wege sich nach der Karriere, nach der aktiven Skikarriere, sage ich einmal, wieder gefunden. Und das finde ich zum Beispiel schon mal landcool. Das finde ich vom Hermann cool, das finde ich aber auch von mir cool, dass wir beide aneinander finden und sagen, wir haben so viel Gemeinsames gemacht, geschaffen, im Sinne von Netzwerk, Bekanntheitsgrad, etc., dass wir danach was machen damit. Und das ist ja unüblich, weil Einzelsportler gehen vermehrt den Weg, dass sie sagen, nach der Karriere macht jeder was er will. Und dass wir dann sozusagen unser Interesse dem Sport, von dem wir ja so viel bekommen haben, wieder widmen, indem wir sagen, wir können jetzt nicht zaubern, aber wir können zumindest etwas beitragen, damit die Leute beim Skifahren bleiben oder beim alpinen Urlaub generell, weil das ist ja nicht nur ein Winter, sondern auch ein Sommerthema. Das ist ja uns sehr wichtig. Da haben wir uns zusammen gefunden und ich bin froh, dass wir das sozusagen so auf die Beine gestellt haben. Habt ihr da auch unterschiedliche Aufgaben bei diesem Konzept? Ja, das sage ich auch immer ganz einfach. Der Hermann hat ja, ich war Kind, der Hermann hat drei Kinder, insofern habe ich dreimal so viel Zeit und komme sozusagen im Projekt drinnen auch operativ, bewege ich mich also auch mehr. Hermann steht natürlich für Termine und Testimonenzwecke jederzeit zur Verfügung, ist auch Werbeträger des Projekts. Und wir haben mit zwei Hotels jetzt eben gestartet, wo wir einfach versuchen, mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis die Leute wieder zu animieren, zu sagen, es ist durchwegs ein Preissegment, das wieder sehr attraktiv ist. Ich habe aber trotzdem alles im Haus, also bitte, das darf man nicht sagen, wir haben unsere Häuser, haben ein oder zwei Saunen, je nachdem, wir haben einen Fitnessbereich, wir haben einen Kinderbereich, wir haben saubere Zimmer, wir haben Familienzimmer mit Durchgangstür, das richtig groß ist, jedes Zimmer hat einen Balkon, also das ist durchwegs ein Standard, wo ich sage, ich brauche, und da hören wir da, wir brauchen nicht mehr, wenn wir sozusagen in die schönen Alpen auf Urlaub fahren, und den ganzen Schnickschnack, den brauche ich eh nicht, und das spült sich halt auch im Preis wieder, und ich glaube, das ist ganz interessant. Es hat nichts zu tun mit, wie du schon gesagt hast, mit einer, ich weiß nicht, Frühstückspension aus den 70er Jahren, sondern das ist wirklich stylisch, designt, WLAN im ganzen Haus, warum könnte sie dann quasi trotzdem so preiswert sein, was ist dieser Schnickschnack, auf den da verzichtet wird? Naja, es ist im Endeffekt so, dass das gesamte Konzept, oder fangen wir anders an, wir fangen mal damit an, dass wir eine tolle Lage bekommen, da ist natürlich, da haben wir auch eine große Hilfe, weil wir sagen, wir wollen möglichst eine Liftnähe haben, oder einen anderen Hotspot in der Nähe, dass man das Auto wirklich abstellen kann, die Grundstücksfindung, also sprich, da muss schon sehr viele Wege über Gemeindenbürgermeistergespräche stattfinden, da bringe ich mich auch sehr stark ein, weil ich glaube, dass das auch gut funktioniert, und zweiter Punkt ist der Bau, der Bau muss sehr effizient, sehr schlank und rank sein, da habe ich aufgrund meiner Firma, die sozusagen in der Bautätigkeit tätig ist, sehr viele Erfahrungen, die wir mitbringen, auch tolle Partner, die wir mitbringen, und letztlich dann im Betrieb, dass der Betrieb rank und schlank gemacht wird, von den Bediensteten angefangen, wir haben nicht diesen Fünf-Sterne-Butler-Service, oder wie es sich alle erlauben, aber wir haben alles da, was man eben braucht, und so wird an allen Ecken und Enden im Endeffekt sehr effizient gearbeitet, dass man am Ende dem Gast einen super Preis bieten kann, und wir merken auch an den bestehenden Betrieben, dass der Gast dankbar ist, dass er nicht für etwas zahlt, was er gar nicht nutzt, und das ist glaube ich toll. Man ist ja auf der Piste, oder wandern, oder was auch immer. Ich sage immer, wir sind ja eigentlich, oder sagen wir so, wir haben den größten Wellnessbereich der Welt, vor der Haustür, wo es auch da ist, und das ist die schöne Natur in den Alpen. Und ich denke, ich bin selber einer, der sehr gern in der Natur ist, auch wenn das Wetter mal schlecht ist, das gehört auch dazu, und wenn ich den ganzen Tag sozusagen auf einem schönen Skitag, wie man da im Hintergrund sieht, draußen ist in der Natur, und sich diesem wunderbaren Thema Berge, Schnee, Natur widmet, dann bin ich den ganzen Tag draußen. Bis dunkel ist möchte ich draußen sein, und dann brauche ich am Abend nicht viel. Das Konzept ist sehr interessant, das gibt es jetzt im Lungau, und in den Kitzböller Alpen, ich glaube im Dezember ist das nächste, dann rund um den Dachstein. Genau. Der Standort 3 und Standort 4 sind wir gerade, das ist sehr interessant, mit dem Standort Bartlein-Kirchheim in der Crowd-Investment-Phase. Das findet gerade aktuell statt, das ist ganz interessant, weil uns das Vertrauen der Leute vom Investment her übermannt, wenn ich so sagen soll. Wir sind schon in der dritten Verlängerung. Das zeigt mir, bin ich besonders stolz darauf, dass das Konzept angenommen wird, nämlich nicht nur auf der Gästeseite, sondern auch Vertrauenschaft, dass Leute sagen, ich habe ein Kapital zur Verfügung, ich schaue mir eh gerade an, was ich für Anlagungen vor mir habe und investiere, weil ich dem Konzept vertraue, in den Standort zum Beispiel Bartlein-Kirchheim jetzt aktuell. Also das finde ich ganz toll. Und ich möchte auch dazu sagen, dass wir das Crowd-Investment ja als willkommenes Instrument, Kommunikationsinstrument sehen. Ich habe schon viele Fragen bekommen, wieso macht ihr das? Habt ihr kein Geld oder was? Das ist ja nicht der Fall. Also wir haben ein super Investorennetz, mit dem wir sozusagen sehr dankenderweise diesen Weg bestreiten. Aber Crowd-Investment hat halt einen sehr symbolischen Wert, einen sehr kommunikativen Wert, Marketingwert. Wir glauben einfach, dass der, der investiert, auch unser Gast ist und weitere Gäste bringt. Das haben andere Projekte schon gezeigt und ich bin sehr zufrieden, wie es momentan lauft und ich erwarte. Ich habe gelesen, ganz aktuell jetzt über 300 Investoren schon habt ihr gesagt. Ja, wir sind, das tut sich ja täglich. Ich tue mir da jetzt schwer. Es kann sich ja in dieser Sekunde in der Grunde ändern, wenn einer investiert. Wir sind so bei der Dreiviertel-Millionen-Euro mit 300 Investoren roundabout und dementsprechend glaube ich, dass da noch einiges Potenzial da ist. Mir wäre es wichtig, dass, wie gesagt, ich sage immer, gemeinsam ist man stärker. Ich war zwar Skifahrer, ein Einzelgänger, habe aber im Leben nach dem Sport gemerkt, dass man gemeinschaftlich viel stärker ist und dieses Crowd-Investment-Thema ist glaube ich so etwas. Man bestreitet einen Weg gemeinsam und es gibt ja nichts Schöneres, wenn ich von einem Konzept überzeugt bin, dass ich in das auch investieren kann. Und wenn ich sage, das taugt mir, da fahre ich hin mit meiner Familie, mit den Kindern, wir haben alles, was wir brauchen. Ich war vielleicht schon einmal Gast und ich bin überzeugt davon, dass das funktioniert und den Leuten auch das als Investment anbieten, ist halt mit der Crowd-Hervorheit möglich. Das heißt, man kann auch bei euch noch einsteigen quasi? Man kann natürlich noch einsteigen, wie gesagt, wir sind zwar schon, wir haben schon sehr viel eingesammelt, aber es ist aktuell natürlich noch möglich. Also quasi, man kann Geschäftspartner von Rainer Schönfelder und Hermann Neuer werden. Wer kann das schon sonst von sich behaupten? So ist es, sehr klar. Bad Kleinkirchheim, also auch ein Standort quasi in Kärnten, in deiner Heimat. Daugt dir wahrscheinlich, oder? Ja, kenne ich natürlich. Ich bin ja als Kind dort Kinderrennen gefahren, aufgewachsen, unter anderem auch in diesen Regionen. Es ist halt Bad Kleinkirchheim insofern sehr interessant, weil ich habe dort die Piste, die Therme, den Lift vor der Tür. Ich meine, das ist natürlich top, was brauche ich denn mehr? Ich habe den Golfplatz nicht weit weg. Es wird dort jetzt sehr viel investiert in den Sommerbereich, mittels Downhill-Strecken und so weiter. Also die Region dort sozusagen bietet genau das, wovon wir sprechen. Den größten Wellnessbereich vor der Tür, draußen in der Natur und das habe ich in Bad Kleinkirchheim perfekt gegeben. Das ist natürlich auch eine Frage, nicht weil bei Wintersportorten, was macht man im Sommer dort? Ist das die schwierige Herausforderung, wenn man jetzt sagt, Lungau, Gizbühler Alpen, Dachstein, da muss natürlich auch im Sommer was los sein, oder? Ja, das stimmt. Wir gehen ja auch nur in Regionen, die sozusagen nicht nur komplett winterlastig sind. Das ist einmal ganz wichtig, steht ganz oben bei uns. Ich persönlich glaube ja, dass der Sommer in den jetzigen Zeiten, in der wir uns jetzt befinden, wo der internationale Tourismus leidet, wir wissen unter den bekannten negativen Geschichten, die sich im Ausland abspülen, dass der zentrale Alpenurlaub immer mehr an Gewicht kriegt. Die Leute wollen den sicheren Autoreiseverkehr, ziehen sie einen Flugverkehr vor, gehen in die Alpenregionen. Ich selber bin einer, der im Sommer bei, sage ich mal, plus 40 Grad und mehr irgendwo von einem Schatten in den anderen hupft. Dann brauche ich noch mal drei Tage irgendwo auf einer höheren Lage, dass ich mich erhole von der Hitze. Ich bin ja überhaupt einer, der in der Hitze nicht so gern ist. Und deswegen glaube ich, dass dieser aktive Sommerurlaub auch immer mehr Thema wird, weil der Urlaub in den Bergen ist meistens ein aktiver Urlaub im Vergleich zu dem Sommerurlaub im Wasserbereich am Meer oder wo immer. Und auch das kommt immer mehr. Die Leute sind immer lebendbewusster, die Leute ernähren sich bewusster und dementsprechend ist das auch ein Thema, wo ich glaube, da wird sich eine Menge in den nächsten Jahren tun, dass der Sommer bei uns in den Regionen sozusagen sehr, sehr stark zunehmen wird. Muss sich da der Tourismus in Österreich doch noch ein bisschen ändern? Ihr seid sehr modern unterwegs mit Crowdfunding, mit innovativen Lösungen. Vermisst du da ein bisschen noch diese Aufbruchstimmung auch generell im Tourismus? Es gibt in manchen Regionen schon, die haben es schon unter Anführungszeichen kapiert, ohne dass ich es negativ zu meinen, die sind wirklich fortschrittlich am Weg, die interessieren uns auch diese Regionen. Es gibt allerdings andere Regionen, die das weniger noch verstanden haben und die werden dann das leider Gottes eh sehen müssen. Also da darf man nicht stehen bleiben. Jede Region muss schauen, wo gehen die Investments hin, wo geht der Fokus einer Region hin und ich glaube, wir sind da mit unserem Konzept auf einem sehr guten Weg und parallel mit einer Tourismusregion, wie es jetzt zum Beispiel auch in Bad Leinkirchen ist, gemeinsam dort mit dieser Region sozusagen an modernisierten, zukünftigen Konzepten arbeiten. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Trifft man euch auch in euren Hotels? Also hat man eine Chance, den Hermann Mayer, den Rainer Schönfelder da über den Weg zu laufen, wenn man bei euch Urlaub macht? Ja, das kann passieren. Wir sehen ja auch nach dem Rechten. Ich mache ja einige Skitage, bin auch privat mit meinen Freunden und der Familie einige Tage im Jahr sozusagen in die Hotels. Also das kann durchwegs passieren. Und dann kann auch jeder zu mir kommen und Hallo sagen, das ist überhaupt kein Problem. Oder gehe ich hier hin. Wahrscheinlich gehe ich hin und sage, habe ich gerne. Wie geht es weiter mit den Adio Alpine Hotels? Was ist der Plafond? Sind die vier jetzt einmal genug? Oder sagt sie, okay, das geht schon noch weiter? Es ist natürlich rasant, was wir da jetzt aufführen. Es geht sehr schnell. Das wächst enorm. Ich bin ja da eh sehr ungeduldig, leider Gottes, manchmal. Aber ich glaube schon, dass die Region Österreich, und so möchte ich es auch stehen lassen, die Region Österreich vertragt zehn bis 15 Standorte von unserem Konzept locker. Und dementsprechend kann man sich ausrechnen, wo die Reise hingeht. Da sind wir nachher noch lange nicht am Ende. Ich glaube, dass es in jedem Bundesland Assets gibt und so in jedem Bundesland zwei Hotels, mit Ausnahme vielleicht von Wien und Burgenland, wo man weniger alpine Regionen hat. Wobei man weiß, dass sich die Schnee bei Scharfenheit verändern, muss man umdenken. Aber ich sage einmal so, könnte man das schon vorstellen, dass man da in diese Richtung geht. Beim Klimawandel weiß man nicht, ob das Leitergebirge nicht irgendwann einmal eine Weltcup-Auffahrt bekommt. Weil man weiß das schon. Kann ja passieren. Genau. Darüber hinaus, ihr seid jetzt auch investmentmäßig für die Crowd, auch offen für deutsche, Schweizer Investoren. Ist das auch ein interessanter Markt, Schweiz? Das war ja die Begründung, warum wir angefangen haben, wir haben ja angefangen mit einer Tranche von 500.000, die haben wir dann auf 750.000 erhöht und jetzt haben wir sie nochmal erhöht auf 1.250.000. Aus dem Grund, weil wir in Österreich sozusagen die Erfahrung hatten, dass sehr viele dem Konzept vertrauen und dementsprechend, wir ja alle wissen, der Tourismus geht ja über die Grenzen Österreichs hinaus. Was wäre der Tourismus ohne Deutsche, ohne Slowaken, ohne Schweizer, was auch immer. Das gehört alles dazu und dementsprechend haben wir jetzt schon vor einiger Zeit das Investment auch in Ländern Slowenien, Schweiz, Slowakei und Deutschland ermöglicht, weil wir genauso glauben, dass Leute dort sehr urlaubsaffin sind, das Land Österreich als Urlaubsland schätzen. Das wissen wir, das kennen wir ja durch die Statistiken und dann dementsprechend auch sozusagen dort investieren und wieder für Kommunikation und Weiterverbreitung sorgen. Die ADEO Alpin Hotels, also das Projekt, das, man sieht, es dir sehr, sehr am Herzen liegt. Ja, ja. Ja, wir schauen uns dann noch weiterhin an, wie es mit dieser Hotelkette weitergeht und wir plaudern natürlich noch über den bunten Vogel Rainer Schönfelder. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück auf OE24 TV im Talk mit Rainer Schönfelder. Wir haben jetzt sehr viel auch gehört über die Alpin Hotels, Adeo Alpin Hotels gemeinsam mit Hermann Mayer. Ein sehr, sehr interessantes Projekt. Hotel Nummer 4 wird dann noch wann eröffnet? Das haben wir noch offen gelassen. 2018. Ich möchte mich da nicht einschränken, weil natürlich das sehr viel von Genehmigungen, Behörden und Wege abhängt, wo wir marginal nur einen Einfluss haben. Aber 2018 möchte man Bad Lankieheim eröffnen. Gibt es eigentlich so alteingesessene Touristiker, Hoteliers, die sagen, ah, jetzt kommen die zwei Skifahrer und nehmen wir die Gäste weg? Habt ihr da auch so Erfahrungen gemacht? Nicht persönlich, aber ich glaube, die wird es geben. Also die wird es sicher geben. Es wird auch viele geben, die sagen, das ist ein Blödsinn, was wir machen. Das bin ich gewohnt, dass es nicht alle meiner Meinung sind. Also das hat mir meine Skifahrerkarriere ja gelehrt. Es ist auch nicht mein Anspruch, dass ich jedem gefallen möchte und mit dem, was ich tue, jedem gefallen. Das ist nicht das Thema. Wichtig ist, dass es angenommen wird. Und die beiden ersten und das zeigen es, dass es so ist. Also wenn ich an die Rate, und das interessiert mich persönlich sehr stark, wenn ich an die Rate denke von Wiederholungstätern, das heißt die, die schon selbst in einem Winter drei, vier Mal zu uns kommen, weil sie sagen, das ist super kurzfristig, ich schaue mir das Wetter an, ich komme vorbei, eine schlanke Partie, so wie ich das haben möchte, dann bestätigt mich das mehr denn je, dass wir am richtigen Weg sind. Rainer Schoenfeld, der Skifahrer, Hotelier, auch Sänger. Wir kennen dich auch aus den Charts. Ist diese Karriere auf Eis gelegt oder beendet? Sag mal so, das schlummert in mir und wird immer schlummern. Also, dass ich der Sache nur nicht jetzt in einer größeren Dimension nachgehe, hat auch damit zu tun, dass die Ressourceaufteilungen in meinem Leben begrenzt sind, weil wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt auch noch an einer Gesangskarriere feilen, abgesehen davon, ob daraus überhaupt was wird, dann wäre das zu viel, too much. Ich singe aber sehr gerne noch, nach wie vor, bei diversen Veranstaltungen, wenn irgendwo eine Band spielt und ich traue mir zu, das eine oder ein Lied mit der gemeinsam spontan zu singen, dann wird man mich fast nicht von der Bühne kriegen. Also das ist nach wie vor ein Faible von mir, dieses, ja, es gehört zum lustigen Lebensunterhalt dazu. Aber Karrokesänger bist du jetzt nicht, oder? Hast du schon auch? Gehe ich auch. Ist sicher, muss man ja üben. Das ist ja ein Übungselement als so. Aber kein professioneller Klassischer in dem Sinn vielleicht. Tanzt du eigentlich noch, wenn wir schon dabei sind? Nein, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr. Was ich schon mache, ist, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dass ich meine sechs Lieblingsdänze von Dancing Stars von der Choreografie her noch im Kopf habe und die dann selber in einem Raum, Squashraum oder in einem Gymnastikraum mit Musik im Ohr nachtanze. Okay. Das mache ich noch. Weil es war damals so, die Mariela Stöckl, meine Tanzlehrerin und Partnerin, hat mich immer alleine tanzen lassen. Das heißt, die müssen zuerst die Choreografie allein durchtanzen, und dann hat sie gesagt, dann tanzuerst mit dir, wenn du das halbwegs allein kannst. Die haben es gehabt um die Zehen wahrscheinlich, oder? Bitte? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also deswegen kann ich das noch und das mache ich noch ab und an. Aber wie gesagt, allein ohne Partner und auch nicht so, dass ich sage, ich bin fünfmal in der Woche am Parkett. Du hast das damals doch sensationell gewonnen. Was sind also die Tipps und Tricks? Es läuft derzeit die aktuelle Staffel an deine Nachfolger. Schaust du diesen Kollegen auf die Beine? Wenn man einmal bei Dancing Stars aktiv selber mitgemacht hat, glaube ich, ist man immer interessiert, in was tut sich denn bei der aktuellen Staffel. Das ist einmal so, das emotionalisiert sehr stark. Es hat auch mir riesen Spaß gemacht, da mitzumachen. Ich habe immer gesagt, das würde ich jederzeit wieder machen, obwohl ich es im Vorhinein massivst unterschätzt habe. Und wenn wir darüber reden, was ich den Kollegen mitgeben kann, dann ist das so ein unberechenbares Terrain und da passieren so viele Dinge, die man nicht nur annähernd erwarten hätte können, dass ich sage, gefasst sein auf alles, was passiert. Es gibt keine Regeln, es kann alles passieren und egal, was passiert, so gut wie möglich damit umgehen. Das ist das, als ich etwas sagen kann. Also es ist wirklich beinhart, also auch das Training? Es ist das, das Training ist beinhart. Die Herausforderung, dass ich mich in der ersten Hälfte sozusagen noch mit einem Tanz pro Woche weiterhandel, aber ab der Hälfte geht es ja dann mit fast zwei Tänzen, im Finale dann mit drei Tänzen. Die Rahmenbedingungen von Maske und Gewandprobe. Ich muss ja ständig schauen, was für ein Gewand zu was für einem Tanz, wie passt es, das mit der Tanzpartner, dann muss man proben. Wir haben oft einen Tanz unkoreografieren müssen, weil ja mit dem Kleid, das sie dann letztlich getragen hat, die Choregapie gegangen ist. Oder bei den Tanzschuhen, ich habe es selber, weil ich ja aus der Schimel gekommen und sehr materialmäßig affin bin, habe ich müssen meine Tanzschuhe präparieren, weil ich mit den Bestehenden nicht zusammengekommen bin. Die haben keinen Grip gehabt. Das war mir viel zu rutschig. Im Fortlaufenden der Chodon habe ich das Rutschen aber zu schätzen gelernt, weil das ist eigentlich ein Vorteil. Aber es sind so Dinge, die muss man entwickeln und man wächst dann rein in diese Welt und möchte sie am liebsten eigentlich gar nicht mehr verlassen, obwohl es viel, viel Stress ist. Hat dich das dann selber überrascht, wie weit die Reise gegangen ist letztendlich bis zum Sieg? Man fängt ja bescheiden an. Also ich habe sehr bescheiden angefangen und habe gesagt, ich will meine ersten Runde nicht rauskieweln, das war blöd. Also das war, das möchte ich mir nicht nachsagen lassen, ich habe einige Wetten am Laufen gehabt, erste Runde und so weiter. Dann geht es aber so schnell, zack, 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 man ist plötzlich in der sechsten, siebten Runde, man ist sozusagen genau bei der Halbzeit und dann wird klar, nach einer gewissen Revue passieren, wie sind denn die Bewertungen gelaufen und so weiter. Dann war der Riecher nach dem Finale schon sehr groß. Dann war schon das Ziel, dass ich ins Finale kommen möchte und wo ich das Finale erreicht habe, wollte ich es auch gewinnen. Ganz einfach. Und dann habe ich gesehen, hoppala, die kochen alle noch mit Wasser, also werden wir das Wasser auch mitkochen. Das heißt, da kommt der Ehrgeiz des Sportlers auch wieder durch dann. Klar, der kommt bei jedem. Letztlich ist es ein Wettbewerb, ein knallharter Wettbewerb, weil der, der die Show am selben Tag verlässt, der ist in Deutschland und dem geht es nicht gut. Auch wenn er es vielleicht zockt, aber das ist einfach Schott. Wie beurteilst du jetzt die derzeitige Staffel? Ich habe erst eine, drei Abende waren, drei Tanzabende, wenn man so sagen darf. Ich habe erst eine gesehen, eh, wo das erste Tanzbaar ausgeschieden ist, kann man noch nicht, es ist so, man muss sich finden. Jedes Tanzbaar schlupft dann in eine gewisse Rolle, die sie auch finden müssen. Das ist auch mir so passiert und ich habe mich der Rolle angenommen, wie es dann dort passiert und da muss man sich auch sozusagen mitentwickeln. Und es ist, glaube ich, so transparent, diese Show, dass man, letztendlich ist es eine Show, dass man auch nichts verheimlichen braucht, den Leuten sehen ganz genau, ob jemand dort ehrlich ist, nicht, ob jemand was künstelt, oder nicht und demgemäß habe ich mich so hingegeben und ich glaube, das hat gut funktioniert. Jetzt war bei dir schon in der Jury der geflüchtete Paulasch Ecker, der jetzt auch wieder für Aufregung sorgt. Wie geht man mit so einer Kritik um und nimmst du das sportlich dann? Also, ich kann mich noch gut, ich meine, abgesehen davon, dass der Paulasch mir ja nicht schlecht gesinnt war, mit dem Gutkönnen, er hat mich auch relativ brav bewertet, wenn ich so sagen darf, aber eine schlechte Jury-Bewertung, das ist hart. Das ist hart, weil das ist, vor allem, wenn man ja vielleicht der Meinung ist, dass das gar nicht stimmt. Wenn man als Betroffener der Meinung ist, ich habe jetzt dort ja den Fersenschritt eh gemacht und die Jury sagt, den hast du nicht gemacht. Das ist hart, weil wo liegt die Wahrheit? Die Wahrheit liegt immer dort, was der Zuseher wahrnimmt und das ist bei der Jury fertig, egal, was du gemacht hast. Aber ich habe das aufgenommen als massive Motivation und immer, je höherer die Kritik war, desto mehr habe ich Gas gegeben. Das war so. Und da habe ich auch Phasen gehabt, ich bin auch zweimal vorhin gestanden und habe das gesagt so und das passiert mir nicht mehr und bei Tanzpartnern habe ich ihnen auch gesagt, bitte nimm das als Herausforderung mit mir, weil nimm mich bei der zur Sache, gib mir Gas. Wenn wir eins über den Deckel kriegen, müssen wir noch mehr arbeiten und noch besser werden und das haben wir auch gut gemacht. Noch dazu sind diese Bewertungen auch vom Millionenpublikum, das darf man ja wahrscheinlich auch nicht unterschätzen. Na klar, da schauen ja eine Menge zu, obgleich man ja nie weiß, was im Hintergrund mit dem Telefonvoting passiert, aber die Hauptwahrnehmung passiert in der Show am Paket mit der Jury und das gibt schon einmal so ein Indiz und einen Indikator ab und darum kann ich mich kümmern, ich kann mich um die Anrufe ja nicht kümmern, aber meine Performance das muss ich bewerkstelligen und da ist jeder auf sich selber gestellt. Nimmt man da als Sieger von Dancing Stars was mit dann draus? Hast du viele Kränzchen eröffnet oder Tanzschulen? Haha, das habe ich nicht, nein. Das habe ich eigentlich gar nicht so viel, weil letztlich muss man die Kirche im Dorf lassen. Ich habe vorher nicht tanzen können und ich würde auch nicht danach sagen, dass ich tanzen kann, aber die Tänze, die ich bei Dancing Stars kennenlernen durfte, da kann ich ein paar und das ist auch das Einzige, da schlupft ich in eine sehr spezifische Rolle, aber es hat mich schon stolz gemacht, als Sportler, es waren ja viele Sportler und es sind immer wieder viele Sportler dabei, sozusagen, da die Show zu gewinnen, weil am Ende des Tages ist mir bewusst worden, kannst du mit Schmäh und Kabarett und sympathisch, das geht alles nicht, am Ende musst du liefern. Im Finale entscheidet dann nur mehr das Publikum, aber auch das Publikum entscheidet in der Finale meistens auch, da muss schon geliefert werden, das muss schon noch was, das muss schon noch tanzen aussehen, das war mir schon bewusst und dementsprechend habe ich mich reingesteigert. Im Juni gibt es ein vielleicht markantes Datum, ein runder Geburtstag, steht ins Haus. Ja, habe ich derer, ja, das stimmt. Ist das irgendwas, was dir was bedeutet, der 40er? Ich generell bin kein großer Geburtstagsfeierer, ich freue lieber andere Geburtstage als meinen, hat aber nichts damit zu tun, dass ich mit dem Alter ein Problem habe, aber ich sehe jetzt schon, auf die Frage hin merke schon bei mir, dass es mich stresst. Ich wirke eher gestresst auf meinen 40er, weil man ja was machen sollte, das ist ja auch ein bisschen klischeebehaftet, ob ich dann was machen, wäre, mit wem ich das machen wäre, das ist noch gar nicht, da bin ich eher spontan, wie ich sonst da im Leben bin. Mir wird schon was einfallen, dass ich den Tag dann gebührend feiern werde. Eine Midlife-Crisis droht nicht, oder? Ach, das glaube ich nicht. Ich bin ja biologisch bewiesenermaßen noch keine 25. Manche sagen, ich bin sogar minderjährig biologisch, aber lass mir das mal so stehen, aber ich bin noch sehr, sehr, sehr jung. Jetzt hast du natürlich ein großes Projekt mit diesen Adeo Alpin Hotels, ist das etwas, was du sagst, das ist langfristig jetzt meins, oder gibt es da schon noch viele andere Ideen, die der Rainer Schönfelder bis zur Pension sind und noch ein paar Jahre bewerkstelligen will? Bis zur Pension ist noch definitiv weit. Ich glaube, dass, wenn man das jetzt runterbricht auf neutral, dann müsste ich 477 Jahre alt werden, damit ich alles an den Boden bringe, was sich so in meinem Kopf schwebt. Vielleicht noch ein paar hundert Jahre mehr. Aber ich glaube, so wie der Skifahren mich eine Zeit lang begleitet hat, ist halt jetzt dieses Hotelprojekt doch ein sehr kommunikationslastiges Herzensprojekt, das ich jetzt in die Gänge bringen möchte. Und das wird mich jetzt auch sicherlich eine Zeit lang beschäftigen, aber bis zur Pension ist es noch lang. Also es heißt nicht, dass ich das Projekt sozusagen irgendwann abschöpfe, ganz im Gegenteil. Ich möchte ewig lang eigentlich grundsätzlich bei einer guten Sache dabei sein, aber es könnte das eine oder andere dazukommen. Es ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, wenn es einmal läuft, kann man es vielleicht auch ein bisschen laufen lassen von selber, oder? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, also da ist gut, dass wir das ansprechen. Ich habe jetzt aktuell schon sehr, sehr viel an Zeitressourcen für das Projekt oder gebe ich her, das muss ich fairerweise sagen, weil wir im Aufbau sind. Es sind sehr viele Dinge zu erledigen, um das Ding in die Gänge zu bringen und so weiter und es wird sicher irgendwann mal sozusagen sich verselbstständigen, wo vielleicht die Zeitressource in der Einbindung des Projekts von mir nicht mehr so gebraucht wird. Ich bin ja uneitel, wenn jemand sagt zu mir, du, das Projekt wird dann 20 Mal besser laufen, wenn du nicht dabei warst, dann müssen wir eine Lösung finden, weil ich bin letztendlich einer, der sagt, es soll funktionieren und mir geht es nicht so sehr darum, dass es immer nur funktioniert, weil ich der bin oder weil es meine Idee ist. Das ist nicht so wichtig. Funktionieren muss es. Und ich weiß ja nicht, was in 10, 20 Jahren ist, das weiß ich ja nicht, aber jetzt einmal geben wir Gas und darauf, das gefällt mir. Aber man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass der Hermann und du, weiß nicht, Polstermöbel aussuchst, aus einem Katalog oder irgendwie so. Das stimmt nicht ganz. Der Hermann ist ja aufgrund seiner Vergangenheit als Maurer im Bau doch eingebunden gewesen und hat seine Erfahrungen eingebracht, die ja da sind, das muss man ganz fairerweise sagen. Und das sind doch einige Sachen am Bau sozusagen, durch die Einbringung von ihm und mir und unseren Erfahrungswerten, weil wir so viele andere Hotels auch gesehen haben, dann letztlich auch umgeändert wurden. So ist es nicht. Es ist jetzt aber durch die ersten zwei Hotels schon viel gemacht und es finden jetzt bei den nächsten Hotels sehr viele Optimierungen statt, weil man draufkommt im Betrieb, man kann dort oder da noch ein bisschen an der Schraube drehen, es noch optimieren, ob das beim Bau ist, ob das auch beim Betrieb ist und so wird es auch weitergehen. Wenn man jetzt abseits dieses Hotelprojekts, wenn da ein bisschen mehr Zeit bleibt, schaut, was sind denn so Sachen, die müssen unbedingt noch sein jetzt? Nein, was noch unbedingt sein? Es ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich möchte dann nicht an dem sozusagen festsetzen oder festgemacht werden. In diesem Immobilien- und Investmentbereich, ich bin ja auch in anderen Projekten im Speckgürtel von Wien tätig, die mir sehr viel Spaß machen, wo es um leistbares Wohnen geht. Da ist auch noch sehr viel Potenzial da, wo ich glaube, dass man von der Stadt Wien aus, die ja immer größer wird und so weiter, immer in meinen Randgeschichten geht, wo wir uns auch schon bewegen mit meiner Firma. Da ist noch sehr viel Potenzial da, wo ich mich auch nebenher sehr widme, nur ist es nicht so an der Front, in der Kommunikation. Also da möchte ich mich auch noch sehr stark bewegen und es wird dieses Immobilien-Investment-Thema mich immer begleiten. Das ist ein großer Firm. Der Entertainment-Part, der ist ja jetzt aktuell sozusagen nicht so sehr an der Front gegeben, da schwebt noch was, da ist noch was. Das habe ich noch nicht abgerechnet. Ob das die Musik sein kann, ob das das Fernsehen sein kann, da gibt es unterschiedliche Ideen von mir aus, es gibt auch immer wieder Anfragen, da bin ich sehr offen. Das kann auch sehr schnell gehen, dass ich in einer anderen Funktion parallel zu den aktuellen Aktivitäten wieder auftauche und dort auch was weitergeht, weil es ist ja dort auch schon sehr viel passiert. Also das ist noch nicht abgeschlossen und deswegen sage ich, da gibt es mehrere Säulen, wo ich nicht weiß, wo es sich hinbewegt. Da schlummert noch was, wir sind sehr, sehr gespannt. Danke für deinen Besuch. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit mit OE24 TV.